Alle Stunts im folgenden Beitrag wurden von Experten ausgeführt. Machen Sie dir auf keinen Fall zu Hause nach. Leute, heute machen wir einen Nagel-Contest. Wer am schnellsten, am weitesten, am dollsten Nägel in Bretthaut hat, gewonnen. Was hat man gewonnen? Zeig mal, was man gewinnen kann. Wir haben heute unseren Preis. Unser Preis ist Edelbitter, 70% Kakao, aus dem Aldi-Markt Nord. Von Bennys Mutter eingekauft. Ich stelle noch mal unseren Gast vor, das ist Joshua. Hallo, ich bin Joshua, ich bin ein Freund von Benni. Der fährt Rettungsdienst, also wenn ich mich hier verletze, dann kann er auf jeden Fall helfen, mehr oder weniger. Los geht's! Spiel Nummer 1 ist, wer kann schneller einen Nagel in einen Brett schlagen? Yes, los geht's! Okay, erstes Spiel, wer am schnellsten den einen Nagel reingehauen hat. Oder drei, wenn wir drei machen. Was? Wer am schnellsten den einen Nagel reingehauen hat. Nein, Junge, lass doch jetzt erstmal einen an. Nein, Halt! Du hast so viel D-Macht geguckt, Benni. Nee, Bauvorruf 24. Siehst du das? Guck mal, dein ist... Da ist ja die Problematik, deswegen nimm ihn einfach in die Hand. Nein! Doch! Nein! Doch, du kannst ihn auch so halten, wenn du willst. Ja, okay. 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 1-0 für Joshua. Spiel Nummer 2 ist, wer kann drei Nägel hintereinander schneller in einen Brett nageln? Da, nächste Disziplin, drei reinhauen. Drei reinhauen? Drei reinhauen. Hey! Kack! Aber ich hab ja früher auch angefallen. Hey, hä? Wir müssen noch mal, ich hab ein bisschen zu früh angefallen. Junge, du hast das noch zu sein. Wir spulen nochmal zurück. Hä? Was? 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 Ich schmeiß wirklich gleich meinen Hammer auf dich. Der ist ja der Hammer. So, bist du bereit? Ja, aber komm, Hammer nochmal hinlegen, weil ich bin auch noch nicht da. Nee, die Nagel, du hast den Hammer auch schon in der Hand. Ja, okay. Ich muss die Zeit zu beklären, scheiße. Oh, die wissen es nicht. Okay, wir müssen jetzt Pause machen und gucken. Shit. Also, das nächste Spiel ist, wer kann ein Nagel mit weniger Schlägen ins Brett hauen? Ja, also, du darfst ihn so andingsen, so. Okay, drei Schläge andingsen? Ja. Ja, so. Und dann geht es darum, den möglichst wenig Schlägen reinzuhauen. Und jetzt kommt es nämlich, wenn du jetzt den Schräge haust, weil du daneben haust und der so ist, dann ist das hier auch ein Schlag, ja? Aber wenn du jetzt zweimal seitlich machst, sind es auch zwei Schläge, ja? Okay, aber jetzt, ähm, aber du musst gleich abwechseln. Ja, also, ich schlag einen und dann so einen Counter ein. Ja. Okay, okay. Wählt, okay. Wollen wir Schirisch deinen Hammer machen? Auf jeden Fall, oder nicht? Ja, würde ich sagen. Junge! Warte, warte, Junge, der fliegt auf die Dimension gerade. Ja, das ist ein Schlag, ne? Ja, das ist ein Schlag, jetzt bist du dran. Was hat das einfach gemacht? Da ist schon ein bisschen tiefer drin. Ich mache, ich mache fair oder so. Fair oder Ehrenmann. So. Okay. Junge, hält den Maul. Halt den Maul jetzt. Ich sage nichts. Das wird ein 2-2, sage ich dir. Wie kann man den? Ja. Boah, wird das Stück weiter nicht fest? Junge, ja, das war... Ja, 5. Macht nichts. Okay, bei dem machen wir Best of 3. 1-0 für mich. Okay. Also, diesmal fange ich an. Okay. Aua! Ich fange an. Ja, fange an. Fange an. Was, ich bin mir hiermit so. Ja. Ja, Digga, das ist instant verloren, so. Oder kann ich mir einen 9 nageln? Oh, tschüss. Ja, du kannst einen 9 nageln, vielleicht hast du ja weniger, aber eigentlich, weiß ich nicht, wie die Regeln offiziell sind. Ja, Digga. Lass mal versuchen, mit einem reinzuballern. Ich versuch das auch die ganze Zeit. Ja, schreib mich doch nicht an direkt, ey. Oh, Junge. Der ist nicht drin. Hä? Ja, mach doch jetzt. Also, das, äh. Ups. Junge, man. So. Ne, jetzt. Mach jetzt. Das letzte Spiel sagst du an. Okay. Und das letzte Spiel ist, wer kann mit einem Schlag den Nagel weiter reinhauen, über fünf Runden. Wir messen nach jeder Runde, wie weit der Nagel drin ist. Spiel. Red. Wenn man daneben haut, ist natürlich direkt ein Null, ne? Ja, ist mir schon klar. Ja? Ist mir schon klar, Benjamin. Ja, okay. Oh, mein Gott, der war gar nicht schlecht. Mach mal jetzt deinen. Kann man nochmal vor dir, oder? Ne, das musst du, das machst du. Das musst du. Mach. Ja, hör auf, hör auf! Digga, ich wollte eben schon einen neuen Nagel annehmen. Nein, 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 nein. Ich hab auch reingeschissen. Du hast ihn verriert. Digga, jetzt. Digga, hammer auf. Das ist ein Schlag? Digga, ich hab ange... Das wird man alles hören. Do it. Süß. Pass auf, dass du nicht wieder da oben aufkommst, aus Versehen. Hey. Ey. Danke sehr. Bis nächstes Mal. Tschüss, 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 tschüss. Warte, hau mal ein bisschen rauf. Jetzt mach ihn mal rein. Ah! Ah! Fuck! Ah! Oh, Junge, meine Mann. Boah, das geht wirklich... Oh, nee. Warte, wir holen hier nen Faster. Komm mal mit. Oh, mach die Scheiße. Tut es schon gar nicht mehr so doll, ne? Es ist eher geschwollen, denk ich, oder? Keine Ahnung, Mann. Irgendwann erzählt mir nicht so aus. Boah, das ist schon viel besser, danke, Benni. Aber schneller noch in Verbandbuch, ne? Reinschreiben da, in den Buch. Komm mal auf jetzt. Nein. Komm mal auf jetzt, Benni, du kannst... Hack die Scheiße weg. Hack die Scheiße weg, du fängst an. Es ist absolut nicht erlaubt, einfach den Nagel anzugrehen. Digga. Aua! Was ist das für Scheiße? Irgendwann. Was, was, was? Ich pack den Nagel woanders rein. Du kannst mit deinen Nagel schweißen. Naja, ist okay. War das dein erster Schlag? Nein! Fange ich an? Du fängst an, ja. Ja, okay, dann war das mein erster Schlag. Nein, halt auf. Nein, mach. Wir sind ja auch sicher. Fangen in Verband. Bis zum nächsten Mal.